Herzlich willkommen zum 40. Video zu den Folgen. Heute schauen wir uns Häufungswerte an. Was sollte man wissen, wenn man sich dieses Video anschaut? Man sollte wissen, wann eine Menge unendlich ist. Dazu habe ich ein Video gemacht, Analysis 53, Unendlich und Abzählbar. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr nicht mehr wisst, wann eine Menge unendlich ist. Dann ist wichtig zu wissen, was Konvergenz ist. Auch dazu gibt es das Video Analysis 72 zu konvergenten Folgen. Und ihr solltet wissen, wie so eine Epsilon-Umgebung aussieht. Dafür würde ich euch das Video Analysis 73 empfehlen, wenn ihr das noch nicht oder nicht mehr wisst. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Dann kann man sich jetzt die Frage stellen, naja, warum soll ich mir überhaupt Häufungswerte anschauen? Häufungswerte helfen einem oft zu entscheiden, ob eine Folge konvergiert. Also die sind dafür ein Kriterium. Und bei Folgen ist es manchmal so, dass die nicht konvergieren, aber es zumindest noch Häufungswerte gibt. Das heißt, Häufungswerte sind ein bisschen schwächer als Konvergenz. Und das werden wir später auch noch genauer sehen. Die Anzahl der Häufungswerte sind eine typische Eigenschaft einer Folge. Und die sind auch eine wichtige Eigenschaft. Also man will oft einfach wissen, wie viel Häufungswerte hat eine bestimmte Folge. Und Häufungswerte hängen eng mit Teilfolgen zusammen. Und die haben wir uns ja schon angeschaut im letzten Video. Jetzt wollen wir ein bisschen Intuition schaffen, damit man mit dem Begriff erstmal warm wird. Wir gucken uns dafür die Folge minus 1 hoch n an. Wie sieht die aus? Die hat bei Geraden n den Wert 1 und bei Ungeraden n hat die den Wert minus 1. Das heißt, die springt immer hin und her. Und wenn man sich die Folge jetzt anguckt, könnte man sagen, naja gut, die Folge, die ist oft bei 1 und die Folge ist oft bei minus 1. Und statt, dass man jetzt sagt, gut, die ist da oft, könnte man natürlich auch sagen, die ist dort häufig. Jetzt kann man sagen, na gut, wenn die da häufig ist, dann sind 1 und minus 1 Häufungswerte. So vom Gefühl. Und dann sollte man sich aber als Mathematiker die Frage stellen, was heißt denn häufig überhaupt? Einfach zu sagen, ja, das scheint da oft zu sein, dann wird das wohl ein Häufungswert sein. Ist erstmal eine Intuition, aber mathematisch noch nicht richtig. Und in dem Fall heißt es unendlich oft. Also es reicht nicht aus, da tausendmal zu sein oder zehntausendmal, was man ja vielleicht auch bei manchen Dingen als häufiger ansehen würde, sondern es muss wirklich bei einer Folge unendlich oft an dieser Stelle sein. Okay, dann gucken wir uns doch mal ein Beispiel an. 1 durch n, ein weiteres. Das sieht ungefähr so aus. Das fällt dann gegen unendlich ab, wird ja immer kleiner. Wir teilen durch eine immer größere natürliche Zahl n. Und da tritt jetzt jeder Wert höchstens einmal auf. Denn zum Beispiel treten die Werte 1 auf. 0,5, das ist nämlich ein Halb. Oder 0,25, das ist ein Viertel. Die treten einmal auf. Wenn die aufgetreten sind, tauchen sie ja nicht nochmal auf, weil wir haben ja durch diese natürliche Zahl schon geteilt. Also wenn wir durch 4 geteilt haben, tritt 0,25 auf. Und danach treten nur noch kleinere Werte auf, weil wir durch immer größere n teilen. Und die Werte 7 oder 25 oder 0,3 oder 0, die treten überhaupt nicht auf, weil 7 oder 25 sind zu groß. 0,3 kann man nicht als 1 durch n schreiben, weil 1 durch 3 wäre zum Beispiel 0, und dann ganz viele Dreier und nicht einfach nur 0,3. Und die 0, die tritt überhaupt nicht auf. Also könnte man jetzt ja sagen, naja, kein Wert tritt häufig auf. Ja, jeder nur höchstens einmal. Es gibt also keinen Häufungswert. Das ist aber falsch. Es gibt nämlich doch einen Häufungswert. Und zwar ist die 0 ein Häufungswert, obwohl die 0 überhaupt gar nicht auftritt. Und zwar sind unendlich viele Folgenglieder nahe bei der 0. Wir werden ja immer kleiner, immer kleiner kommen, der 0 immer näher. Und somit sind unendlich viele Folgenglieder eigentlich relativ nahe an der 0. Jetzt muss man sich natürlich wieder fragen, wenn die 0 ein Häufungswert ist, weil unendlich viele Folgenglieder nahe bei der 0 sind, was heißt denn nahe überhaupt? Und nahe heißt in diesem Fall in einer Epsilon-Umgebung mit beliebig kleinem Epsilon. Also anders gesagt, für jedes Epsilon finde ich eine Epsilon-Umgebung um die 0, sodass unendlich viele Folgenglieder in dieser Umgebung liegen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, wo das nicht möglich ist, und zwar die Folge a n gleich n. Die läuft einfach gerade durch Richtung unendlich. Die ist immer genau an der n-ten Stelle gerade n. Also das heißt, an der 15. Stelle kommt der Wert 15 aus. Und dort tritt jeder Wert einmal auf. Also auch wieder höchstens einmal, weil zum Beispiel 1,5 tritt ja nicht auf, aber jeder natürliche Wert tritt einmal auf. Und es gibt keine Häufungswerte. Was ist hier der Unterschied zu 1 durch n? Der Unterschied ist, egal welchen Wert ich mir aus den reellen Zahlen nehme, es liegt, wenn ich Epsilon als ein Halb wähle, und man kann ja Epsilon beliebig wählen, und es müssen immer unendlich viele drin liegen, das ist ja gerade die Idee der Epsilon-Umgebung, dass man das Epsilon beliebig klein machen kann, und es müssen trotzdem noch unendlich viele Folgenglieder drin liegen. Das ist jetzt hier der Fall, wenn wir Epsilon halb wählen, dann liegt höchstens ein Folgenglied in der Epsilon-Umgebung, weil die Punkte halt immer einen Abstand von 1 haben. Das kann man sich auch nochmal konkreter angucken. Wenn wir jetzt den Punkt a gleich 1 wählen als Wert, oder den Punkt a gleich 6, dann können das keine Häufungswerte sein, weil da nur die Punkte 1 und 6 drin liegen. Also das erste Folgenglied und das sechste Folgenglied. Alle anderen Folgenglieder liegen in dieser Umgebung gar nicht drin. Also anders gesagt, zwischen 0,5 und 1,5, da liegt von unserer Folge nur die 1, und zwischen 5,5 und 6,5 liegt in unserem Fall nur die 6. Wenn wir jetzt genau diese 0,5-Werte nehmen, also 0,5 oder 6,5, dann liegt tatsächlich überhaupt kein Folgenglied mehr in unserer Epsilon-Umgebung, weil Epsilon ja kleiner ist als ein Halb. Und bei 0,5 liegen 0 und 1 genau ein Halb weg, aber liegen sozusagen nicht mehr drin, weil das ja gleich ein Halb ist, der Abstand. Okay, und wenn wir jetzt irgendwie 0,8 nehmen oder 1,2, da liegt das Folgenglied A1 eben noch in der Epsilon-Umgebung drin. Nachdem wir jetzt die Intuition haben und uns jetzt mal drei Beispiele angeguckt haben, einmal, wo es wirklich Häufungswerte gab, die auch häufig auftreten, einmal, wo was Häufungswert war, was überhaupt gar nicht als Wert der Folge aufgetreten ist, und ein Beispiel, in dem es keine Häufungswerte gab, dann können wir jetzt versuchen, uns das Ganze formal aufzuschreiben. Was brauchen wir für die formale Definition? Wir brauchen eine reelle Folge a, n und einen Punkt aus den reellen Zahlen. Denn a ist dann ein Häufungswert von dieser Folge, wenn für jedes beliebige Epsilon, das größer ist als 0, die Menge der natürlichen Zahlen, für die das n-te Folgenglied in der Epsilon-Umgebung liegt, wenn diese Menge unendlich ist. Das heißt, für einen bestimmten Punkt müssen in der Epsilon-Umgebung unendlich viele Folgenglieder drin liegen. Dann ist etwas ein Häufungswert. Und bei der Folge minus 1 hoch n, die wir uns angeguckt hatten, da ist 1 ein Häufungswert, weil genau alle geraden Zahlen in dieser Menge enthalten sind. Weil die liegen alle für ein beliebiges Epsilon in der Epsilon-Umgebung. Und bei der Folge 1 durch n ist das Problem, warum die Menge unendlich groß ist, dass wir ein Epsilon vorgeben müssen. Und das können wir zwar beliebig klein wählen, aber irgendwann kommen wir mit der Folge 1 durch n unter dieses Epsilon drunter, weil wir haben auch schon gesehen, dass die Folge 1 durch n gegen 0 konvergiert. Das heißt also eben, dass für ein beliebiges Epsilon diese Folge immer drunter kommt, solange das Epsilon größer ist als 0. Und wir vergleichen auch nochmal die Konvergenz mit den Häufungswerten, indem wir das Ganze mal quantisieren. an ist ein Häufungswert bei a in r. Was heißt das? Das heißt, für alle Epsilon größer 0 ist an in der Epsilon-Umgebung von a für unendlich viele n in n. Das hatten wir genau so definiert. Es müssen unendlich viele Folgenglieder in dieser Epsilon-Umgebung liegen. Wie war es bei Konvergenz? Bei Konvergenz galt auch, dass für alle Epsilon größer 0 die an in der Epsilon-Umgebung von a sind, aber das dann für fast alle n. Und für fast alle n heißt, ab einem n müssen dann alle drin liegen. Nur endlich viele dürfen nicht in der Epsilon-Umgebung liegen. Und bei unendlich vielen, das ist schwächer, das sieht man ja zum Beispiel bei 1 und minus 1 sind Häufungswerte, es sind unendlich viele Folgenglieder bei der 1, es sind unendlich viele Folgenglieder bei der minus 1. Es sind aber eben nicht fast alle Folgenglieder bei der 1 oder der minus 1, weil sobald wir uns einen Punkt nehmen, ab dem wir sagen würden, gut, jetzt ist sie immer bei der 1, dann ist schon das nächste Folgenglied wieder bei der minus 1. Also das ist ganz weit weg von fast alle, aber es reicht eben immer noch für unendlich viele. Und wir können also sagen, wenn a n gegen a konvergiert, dann hat a n auch bei a einen Häufungswert, weil wenn fast alle natürlichen Zahlen da drin liegen, also alle bis auf endlich viele, das sind natürlich auch unendlich viele. Das heißt also, ein Häufungswert ist schwächer als Konvergenz, aber was wir festhalten können, Grenzwerte, also das wogegen Folgen konvergieren, das sind eben Häufungswert. Und was dann ganz wichtig ist, die Umkehrung gilt natürlich nicht, weil wenn jeder Häufungswert ein Grenzwert wäre, dann wären die beiden Begriffe ja äquivalent zu benutzen und dann bräuchte man den Begriff nicht, weil man hat ja schon den Begriff Grenzwert. Warum dann noch Häufungswert einführen? Und das sieht man ja auch bei der Folge minus 1 hoch n, die konvergiert eben nicht. Es gibt keinen Grenzwert, aber es gibt zwei Häufungswert. Vielen Dank fürs Schauen. Lass gerne ein Abo da oder like das Video, wenn es dir gefallen hat. Wenn du dislikest, dann schreib mir doch bitte Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und dann viel Spaß mit weiteren Videos und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Tschüss!